Außerhalb von Raum und Zeit. Dahin verschlägt es euch, wenn ihr die Schachtel von Arkham Horror das Kartenspiel öffnet. Ihr schlüpft in die Rollen von Ermittlern und habt die Aufgabe, arcane Geheimnisse zu lüften, Verschwörungen aufzudecken und Gegner zu eliminieren, die nicht in diese Welt gehören. Arkham Horror das Kartenspiel ist ein kooperatives Living Card Game für ein bis zwei Spieler ab 14 Jahren. Wenn ihr zwei dieser Grundboxen besitzt, dann habt ihr sogar die Möglichkeit mit bis zu vier Spielern und Spielerinnen gegen das Böse anzutreten. Jeder von euch schlüpft in die Rolle eines Ermittlers in Arkham und erstellt sich ein Kartendeck, das den Fertigkeiten und Fähigkeiten des jeweiligen Ermittlers entspricht. In diesem Deck werdet ihr Dinge finden, die euch in heiklen Situationen weiterhelfen werden. Allerdings haben wir alle auch Schwächen, nicht wahr? Also auch euer Ermittler wird eine haben, da könnt ihr euch sicher sein. Eine Reihe miteinander verbundener Szenarien verwebt sich zu einer großen Kampagne, in der ihr ein noch viel größeres Geheimnis lüften sollt. In diesen ein- bis zweistündigen Szenarien sucht ihr als Ermittler bedrohliche Orte auf, an denen ihr nach Hinweisen sucht, mit denen ihr dann wiederum die Geschichte voranbringen und Geheimnisse aufklären könnt. So könnt ihr hoffentlich den hinterlästigen Mächten des Mythos entgehen und sie besiegen. Ihr werdet aber auch immer wieder auf Gegner treffen, die genau das verhindern wollen. Handelt bedacht! Wer in der Arkhan-Welt unterwegs ist, der muss sich vor dem Griff des Wahnsinns schützen, um nicht durchzudrehen. Ich wünsche euch viel Spaß und vor allem starke Nerven bei Arkham Horror, das Kartenspiel. Eure Kaddi Eure Kaddi